Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Dossier, was wir uns heute anschauen wollen. Und zwar geht es um den Mikroraptor. Er ist ein Carnivore, also ein Fleischfresser. Vom Temperament her aggressiv und ihr könnt ihn zähmen, aber nicht reiten. Der Mikroraptor ist einer der kleinsten Nichtflugsaurier der Insel. Er ist unglaublich schnell für seine Größe und ein unersättlicher Fleischfresser. Während er nicht unbedingt ein Kraftpaket gegenüber gepanzerten Feinden ist, so ist er sehr gut darin, feindliche Reiter zu Fall zu bringen. Die natürliche Tendenz eines Mikroraptors, schwächere Kreaturen zu attackieren, bedeutet, dass sie die Reittiere ignorieren, während sie den Reiter mit heftigen wilden Sprüngen angreifen. Der Mikroraptor ist aggressiv gegenüber allem, was genauso groß ist wie er oder kleiner. Er selbst sieht sich an der Spitze der Nahrungskette. Der Mikroraptor wird Menschen bei Sichtkontakt angreifen, besonders wenn er nicht alleine ist. Während dem Jagen ist die Geschwindigkeit des Mikroraptors nur eine seiner Vorzüge. Seine Flügel sind zwar zu schwach, um ihn dauerhaft fliegen zu lassen, dennoch ermöglichen sie ihm, während einem Sprung ein paar Sekunden in der Luft zu bleiben. Dies erlaubt dem Mikroraptor gezielt, die verwundbaren Stellen seiner Beute anzugreifen, sowie kleine Fische im Fluss zu suchen.